Gebt mir zu trinken, was in den Sternen steht, kann man nicht wenden, doch man vergisst es, weil der Gläser trinkt. Gibt mir zu trinken, was in den Sternen steht, kann man nicht mehr in den Sternen stehen. Doch dann vergisst es keine Gläserdrehen. Gibt mir zu trinken, was in den Sternen steht. Gibt mir zu trinken, was in den Sternen steht. Kann man nicht sterben, wird zu trinken, auch bei Teil ist das Bein. Gibt mir zu trinken, was in den Sternen steht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020